Servus Andi, Alex Hümer hier vom Aurum in München. Das ist gerade was er nennt, mir mal ein bisschen was an einem Turf Dog zu zeigen. Und jetzt will ich dir ein Rezept zeigen, das ich damit entwickelt habe. Wir haben es gemeinsam Maple Dog genannt. Das Ganze wird gerührt auf Eis. Wir fangen an mit Black Wallet Bitters von Fee Brothers. Noch einen schönen Dash. Dann ein paar Löffel Ahornsirup, deswegen Maple Dog. Turf Dog, gute Menge. Abrunden haben wir noch ein bisschen Portwein. Und einen Schuss Flangelico. Die sind nicht beim Turf Dog rausgefunden. Da hat man glaube ich Nussaromen, Karamellaromen, Kastanienaromen auch. Und deswegen kamen wir auf die Kombination mit Black Wallet Bitters und Flangelico. Läuft, geiler Scheiß, cooles Zeug. So, St. Killian's Turf Dog, Maple Dog. Cheers!